Die Besucher der Lernwerkstatt Sophia können ihre visuelle Wahrnehmung buchstäblich auf den Kopf stellen, indem sie ihre Umgebung mit sogenannten Umkehrbrüllen erkunden. Die Brüllen mit zwei Prismen bewirken, dass der Brüllenträger die Umwelt verdreht sieht. Was soeben noch oben war, erscheint nun unten, oder der Gegenstand, der sich gerade noch auf der linken Seite befand, steht nun rechts. Der Gleichgewichtssinn und der Tastsinn geraten in einen Gegensatz zur optischen Wahrnehmung. Die widersprüchlichen Informationen in Einklang zu bringen, bedarf einiger Übung. Beim kontinuierlichen Tragen der Brülle findet nach etwa acht Tagen eine Adaption an das umgekehrte Bild statt und die volle Handlungsfähigkeit ist wiederhergestellt. Wenn der Mensch sich die Umkehrbrülle aufsitzt, nimmt er das Bild, das sich ihm zeigt, als Irrtum wahr. Er weiß schließlich, dass sich der Himmel oben und der Boden unten befindet. Was würde allerdings ein Mensch denken, der diese Brille seit seiner Kindheit trägt? Ist es nicht anzunehmen, dass er sich an die umgekehrte Welt gewöhnt und sie nunmehr als normal empfindet? Unter diesen Umständen wäre für ihn die verzerrte Wahrnehmung die wirkliche. Wenn dieser Mensch auf einen anderen trifft, der keine Umkehrbrille trägt, würden sie vermutlich verschiedene Meinungen über die Wirklichkeit vertreten. Wer hätte recht? Solange sich beide Positionen nur auf Sinneserfahrungen berufen, bleibt die Frage unlösbar. In der philosophischen Grundrichtung des Empirismus, deren Anhänger unter anderem John Locke, George Berkeley und David Hume waren, wurde die Auffassung vertreten, dass die Wirklichkeit ein Produkt von Eindrücken und Empfindungen darstellt. Betrachten wir das Gedankenexperiment, also empiristisch, hätten beide Menschen recht.